Eine gute Idee Also Leute hier weitermachen oder trollen? Ich glaube Spezies, der hat irgendwie geschossen Ja, ich hab auf Explosionsfässer geschossen Das ist schonmal sehr böse Dann ist das Pony Ja, natürlich Was sonst? Ich weiß nicht, da ist eine Wand, ich bin gerade am shoppen, warte kurz Das Ding ist einfach komplett im Boden Pikachu Was? Ich bin kein Pikachu Ach so Ach so, da ist das Pikachu Ich hab das Pikachu, das ist süß Pikachu, setzt dann der Blitz an Warum ist hier kein Glomander? Ist da, es gibt einen Glomander glaube ich Doch, ich glaube es gibt einen Glomander Pikachu hat eine Schrotflinte über seinen Kopf Das macht nix, das ist nicht legitimiert Was machst du da? Was soll das? Ich hab ne Sniper, ich könnte die einfach wegschuten Ne? Du hast nen Sniper? Ja Ich hab... Warum? Why? Ich hab dir ne Shotgun gedroppt, die hast du aufgenommen Und dann hast du plötzlich... Kann man nicht wechseln? Begründe das jetzt! Ich erschlage... Ich erschlage... Ich... Nicht... Ohne Scheiß, warum kann man nicht wechseln? Vor allen Dingen... Chris hat's grad... Ich hab von der Konsole aus geschrieben Nein, das war aber danach Das hat er danach geschrieben, als ich ihn schon tot gehabt habe So Ich... Ich musste Chris wirklich ein paar Hades rüberschicken Ich sehe das schon Aber ich hab ihm extra... Er lief die ganze Zeit mit dem... Ähm... Ähm... Mit der Korba rum Dann hab ich ihm extra meine Droppe... Meine Droppe... Meine Droppe... Und dann... Er hat aber noch keinen... Dann hat er die Shotgun aufgenommen Und dann hat er nicht gecheckt... Leute... Ich werfe jetzt meine Waffe weg und nehm ne Sniper ne? Also ich... Ich kündig's jetzt an Okay? Darf ich? Ähm... Wo bist du? Im Flugzeug... Ich hab jetzt ne Sniper ne? Also... Wenn du es wisst... Ne? Wo bist du? Ich töte dich dann... Wenn du ne Sniper hast... Mit dem Cockpit... Mit meinem Cock... Mit meinem Piz... Achtung, ich schieße da Fässer... Hat bumm gemacht... Ja, da fässer geschossen, dann töten wir ihn Nein! Oh... Das ist aber ein geiles Bild... Nein! Was ist das denn? Das ist auch ne Sniper... Leute, wo seid ihr denn? Wo bist du denn? Seid ihr Traitern? Ja, wir sind alle Traitern... Nein, du bist der Traitern... Lustig... Wir haben auch so ein Spiel... Wo alle Traitern sind... Und in einer eigenen Industrie... Dann wissen sie nicht, wen sie umbringen sollen... Kann man das nicht so einstellen? Spezi... Was dran? Du schießt auf Fässer... Ja... Und ich schieß auf Glasscheiben... Das ist legitim... Wo bist du denn jetzt? Bist du immer noch im Dings? Wir sind beide im Cockpit... Spezi und ich... Guck mal Spezi... Bei Cockpit... Dann machst du gleich Boom, Spezi... Im Cockpit... Und... Bam! Das war schön... Ich hab's genossen, Spezi... Spezi, was machst du da schon wieder im Flugzeug? Das ist eine gemeinsame Zeit... Ui! Spezi streamt! Nimm ich Precinct 13! Streamt doch... Spezi... Hey, wo ist die denn? Ich dachte, die sind im Cockpit... Hallo, ich will hier raus! Danke! Danke! Yo! Guck mal, ich... Ich streame gerade, guck! Precinct 13! Cool! Krass! Pikachu! Gut, danke, dass du mir sagen tust, wer hier der Träder ist! Da ist der Kommentar hier! Gabi-Train sagt etwas! Okay! Pikachu, wo bist du? Ich bin ein Traitor! Pika-Pika! Vielleicht ist Pikachu schon tot? Der ist nicht tot! Pika-Pika! Pika-Pika-Pika! Mit Sicherheit ist er nicht tot! Donnerblitz! Pikachu! Pikachu! Ja! Will ich das gewinnen die Innocence! Aber das ist glaube ich, seine Lieblings neue Trader Waffe, ne? Was? Das mit dem Identitäten-Clown! Ja, aber das Problem ist, er ist ja runtergegangen! Hat sich schon gesehen, dass du tot warst, deswegen... Was ist das hier? Hättest du das geile Pony genommen? Das war was? Ne, das hat er auch schon gesehen gehabt! Dann hättest du mich wegschaffen müssen! Ja, keine Zeit! Keine Zeit! Ui, hier sind die Cops! Die haben nicht mal schusssicheres Glas, das ist für ne Ausstattung! Wird ziemlich billiger! Aber schusssichere Scheidenwerfer, macht Sinn! Ja, klar! Und schusssichere... Und die Reifen klingen auch wie Stahl! Geil! Was ist denn da der Headshot wieder los? Wer ist Trailer? Du bist da hochgegangen! Wer, der fragt! Ja, stimmt, ich bin Trailer! Will mir eine Waffe? Hi, Pony! Ponywaffe! Ponywaffe! Ne, 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 dem Pony vertraue ich nicht mehr! Ponywaffe! Gib mir eine Ponywaffe oder du kriegst ne Headshot! Ich will da rüber! Ich will da jetzt hoch! Da kommt man hoch! Der ohne Scheiß, da kommt man hoch, glaub ich! Ne, ich bin zu klein! Hey! Pony schießt auf mich! 77 AP! Der Dino! Okay! Der Dino schießt auf mich! Wo ist der Dino? MEIN! Ich töte jetzt den Dino! Alter! Dino war's nicht! Dann ist es das Pony! Pony war's auch nicht! Was macht ihr für random Scheiße! BZ, wo bist du? Ich hole mal meine Snipper, ne? Achso, willst du dir einen Schlipper holen? Na ja, gut! Ja! Wenn du denkst, dass es dir weiter hilft, oder? Ich zieh mir den einmal durch die Rosette hin, dann passt das schon! Langweilig! Action! Und bitte! AU! HAU! Er hat nix kaputt! Er hat nix kaputt! Das ist der Pony schön anschrei! Ja! Sollte Dino mich einfach zu random killen? Moment! Ja, aber ohne Scheiß! Was war das gerade? Das Pony ist es! Und daher habe ich geschossen! Er hat nur gesagt, dass Pony ich schießt! Er hat nicht gesagt, dass ich es bin! Ja! Das reicht doch schon! Aber ich weiß ja nicht, welcher Pony von zwei! Hallo! Ich bin das geile Pony! Na klar! Einfach nur aus purer Vermutung! Das macht man doch heutzutage! So haben wir das gelernt damals, 1950 im Schützengraben! Da war der noch nicht mal geboren! 1950? Moment! Äh, welcher denn schon dann 1945? Ach komm! Nachkriegszeit! Ja, das sind ja auch schon knapp mit den Schützengräben! Ja, aber das macht ja nichts! Aber da gab es nichts noch! Dann halt 1920 besser! Nein! Da war... Das ist der erste... Ne, das war zwischen den Ersten und den Zweiten Weltkrieg! Ne, der Erste ging bis 35 oder nicht? Naja! 15 bis 35 oder? Ich glaub bin ich da wieder mal... Nein! 1900! Nein! Doch, das wollte ich machen! TÜH! Hier schießt jemand auf Fässer! Spezi ist... Wo sind die Traitor? Spezi schieß auf Fässer! Ich hab drei AP! Wer hat das fast geschossen? Wer hat das fast geschossen? Ich hab drei AP! Ich schieß doch nicht auf die Fässer, wo ich nebenstehe! Ja! Macht das Spezi! Ich bin gerade erst da rausgekommen als... Ich hab gesehen, dass ihr beide von da oben rauskamen! Einer von euch war's! Der Dino! Der Dino war oben! Bestimmt! Der Dino kann auch von da gelassen werden! Der Dino! 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 Wir haben einfach acht Jahre wartet für den zweiten Schuss! Dachte ich, hm, ist das wirklich? Da bin ich gewehrt! Das Pony ist in meine Koba gelaufen! Ja! Ja! Mit einem Hit, ne! Das war ein geiler Schlag! War's so groß, als du noch äh gesagt hast! Ach ja! Hast du immer wieder Koba? Ne, das war keine Koba, oder? Doch, natürlich ist die Koba! Boah! Du warst ja near death! Das war sehr schlau! Deswegen war's doch inseltot und hättest gar nichts mehr sagen können! Ne, ich hab dann gesagt, äh! Bah! Burger Town! Burger! Ne Bo... Border? Burda? Was ist ne Burda Town? Was ist ne Burda Town? Burda, Burda! Warte! Kennt da jemand? Hier, Burda Town! Guck mal hier! Da oben! Ich hab ein Geschenk für dich, Spezi! Oh, das ist der Dino! Oh, das ist der Dino! Ich hab' Geschenke für dich, Dino! Wenn Dino? Bist du Traitor, Dino? Nein! Wenn es nicht! Okay, der lügt ja nicht! Ne, der Dino lügt ja nicht! Spezi! Ich sag' immer die Wahrheit! Spezi, bist du Traitor? Na gut, dann muss das Pony sein! Pony, wo bist du? Was?! Wieso schon wieder? Okay, lügen nicht, ne? Okay, das Pony! Was ist eigentlich Cool Freeze? Eine Pony? Ne! Ist übrigens von, äh... Purifir... Pu... Was? Wo bist du denn, Pony? Pony? Purifirt Water! Guck mal, Pony! Geschenk für dich, Pony! Nein! Nicht Plasma! Ah, das ist auf mich! Du wichst! Ich war Traitor! Warum ne Plasma auf mich? Ja, weil du Traitor warst! Ja, woher willst du das wissen?! Ich hab' dir einer mal gefragt, ob wir das erzählen können! Ja, 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 weil Traitor, die lügen! Ja, aber... Die waren mir nicht gelogen! Hast du einen Kanal? Hast du ein Video, worunter man haten kann? Ich weiß gar nicht, was du hast! Das war doch offensichtlich! Ja, war offensichtlich! Ich hab' ne Sniper! Ist ne Traitor warf! Tötet mich im Preparing! Los! Tötet mich! Dino! Los! Wo bist du?! Komm her, du Wichstkopf! Tötet mich! Ich bin Traitor! Los! Ich hab' ne Schleifer! Komm doch mal! Ich bin Traitor! Schau doch! Hört auf! Seid schon wieder du 10 HP! Guck mal, Ponyliebe! Pony wo? Ponyliebe, ja, das kennen wir schon! Wer hat eben grad die Granate geworfen? Das war das Pony! Das hier! Welches Pony? Alla! Ich war's nicht! Hallo! Pinke war's! Hey! Mist! Alter, da läufst du genau rein! Ach Leute, das hat nicht mehr viel mit TTT zu tun gerade! Ich hab' nur die Hälfte geschossen! Er ist in dem Moment eigentlich nicht besser gelaufen! Er wusste ganz genau, dass ich Traitor bin! Naja, genau! Natürlich! Ich hab grad, dass Ponys wieder Traitor! Ich wollt' das Pony zu tun! Ja, natürlich! Bin immer Traitor! Natürlich! Na klar! Logisch! Natürlich! Nö! Weil's Chris weg ist, hab' ich'n Heckern! Ich dachte, du bist Traitor einfach, wenn du ihn geschossen hast! Ja! Scheiße! Oh, ne geile Waffe! Mit Waffen! Ich will die Snipper haben! Er hat ne Sniper, tötet ihn! Warum kann ich die Snipper nicht aufnehmen? Achso, ich hab' schon was im Militar! Ja, weil du schon eine Waffe hast wahrscheinlich! Stimmt, ja! Weil du kein Traitor bist, der zwei Waffen abkann! Ach ja, siehste mal! Da hast du einen Beweis, dass ich kein Traitor bin! Spezi verprügelt da was! Ja! Ich würd' jetzt eigentlich saugern den Dino töten! Ohne Scheiß! Wollt' ich helfen! Ich hab' dir mal inzwischen die Beine! Oh, das Pony dreht durch! Was? Welches Pony? Das Pink, ne? Oh ja, das Pony! Wir sollten das einfach töten! Was ist mit Ponyliebe geworden? Die guten alten Zeiten! Hashtag Ponyliebe! Ich halte dich von mir fern oder es knallte! Ich halte dich von mir fern! Kommt alle zu mir kuscheln, meine Freunde! So! Was hast du davon? Wenn du mir drohst, schieß ich einfach! Also ich hab ne Sniper, ne? Nur damit ihr das wisst, ne? Der Dino ist... Alter! Alter! Nein, ich bin der Ehre! Wieso?! 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 Warum?! Der Dino hat Späze erschossen und dann hab ich den Dino erschossen, weil er Späze erschossen hat! Moment, ich hab ihn niemanden erschossen! Er hat nen Pass gehalten, er hat zu mir gesagt, kommst du näher, knallt's! Ja, und das lass ich mir halt nicht bieten! Ich hab nur gesagt, komm mir nicht zu nah! Das ist schon eine Drohung! Und das mag ich schon mal gar nicht! Und da darfst du nicht auf mich schießen! Fuck you, ihr seid tot, verdammt du Scheiße! Halte die Klappe! Trotzdem darfst du nicht auf mich schießen! Leute, ihr seid tot! Ich hab ja nicht auf dich geschossen! Ich hab ja nicht auf dich geschossen! Ich hab auf das Fass geschossen! Leute, ihr wart tot! Ja, aber dann... Die Runde lief noch! Doch egal! Ihr wart tot! Man hat den Scheiß, warum Lara dir? Ich hab die Runde noch weitergehalten! Ich hatte Second Chance, ihr Dullis! Nee, ich hab's aber nicht ertragen! Ja! Natürlich! Warum hast du's nicht ertragen? Ich hatte Angst vor dir! Ja, natürlich! Im Second Chance bin ich so richtig krass! Sag mal, wo seid ihr denn wieder hier? Rayon digitiert! Dino schießt auf irgendwas! Auf Bildschirm! Ich hab ne Plasma! Ich hab ne Plasma geworfen! Ich müsste jetzt eigentlich nen Dino töten! Jetzt hat mich wieder das Pony getötet, ne? Ja, welches denn? Ich müsste jetzt Random Kill machen! Das Pony schießt auf mich! Ja, darf ich! Das war... Äh! Wow! Nein! Ich hab das falsche Pony erschossen! Ah fuck! Leute, das hat nicht mehr viel mit TTT zu tun! Alter, können wir mal bitte ein bisschen ernst machen! Ja, okay! Ja, klar! Kein Problem! Okay, Spezi ist tot! Bitte auch die Leute zu erschießen! Ja bitte auch die Leute zu erschießen! Bitte auch die Leute zu erschießen! Bitte auch die Spezi zu erschießen! Äh, den, 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 den Ray zu erschießen! Ja, ja, das ist ne Idee! Ich werde es versuchen, dass es nicht wieder vorkommt! Sie sagt ja, sie schießt auf mich! Ah, das andere Lieber! Wo ist die Ponyliebe hin von damals? Die gibt's nicht mehr! Nee! Er ist ja auch fremd gegangen also! Ich hab eben Ponyliebe mit dir gemacht in dem Merchandise-Stand! Die ist gestorben! Hallo! Ich geh mal dem Dino nach! Wahrscheinlich sterbe ich nicht mehr! Der schießt wieder! Da siehste! Ich schieß nicht! Du machst wunderschön! Ah! Was ist mit Ponylauf geschehen? Ja! Ich hab dir meine Ponylauf mit der Shotgun gegeben! Ja, den Ponylauf mit der Shotgun! Ich geh gleich mal in meine Innocentlaufen mit der Shotgun! Oh, ihr wart alle Innocent! Das ist natürlich doof für euch! Ja, das ist nicht blöd, ne? Ja, wie konnte das denn wohl passieren? Ja, ich hatte keine Worte geworden! Und du müsstest trotzdem schön an mir vorbeigenommen! Ich hab überlegt, wie schnell die Herren sollen wir crowbar, du Elmar! Haben wir inzwischen mal auf COD geswitcht oder was im Spiel wir eigentlich? Du meinst Kot? Kot! Kott! Achso, Kot! Scheiße und so! Du musst das betonen, Kot! Ich hau den Dino! Ich hau den Dino! Ich hau den Dino! Jetzt hau ich nicht mehr! Hau den Dino! Ich bin leider kein 3-Tor geworden! Ich bin ja eh nie Traitor! Hier fliegen nur Bildschirm durch die Gegend! Ja, hier fliegen die Petzen! Ist ja der Pony! Das tue ich mir bestimmt gleich, ne? Du musst es ja auch sollen! Und wenn ich halt tot bin, war's das Pony! Das ist Pony da! Siehste mal! Das hättest du nicht! War's wirklich das Pony? Ja, das hättest du nicht! Nein, okay! Ich kann das du direkt putzen möchtest! Alter, was ist denn los? Ich hättest du nicht! Dann seid nicht davon! Ne, nicht meine Kraft! Nicht meine Kraft! Das ist mein Ding! Saburbia! Sag zu mir, was ich hätte nicht machen dürfen! Ich weiß ganz genau, was ich machen darf! Saburbia! 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 Ach komm! Jo! Saburbia! Ging lustig! Camelto! Saburbia! Ja! Was ist Camelto geworden? Ich hab grad nicht hingeguckt! Was ist Camelto? So!